Am heutigen Tage ist es endlich soweit. Evangelion 3.33 kommt endlich in Deutschland als Blu-Ray und als DVD raus. Viele von euch haben vielleicht einen Postkasten gefunden und oh Wunder, wie passend jetzt dazu natürlich die Review-Time. Oh yeah! Evangelion 3.33 You Cannot Redo ist eine Gainax-Produktion, genauso wie die zwei Teile davor. Und Gainax macht ja bekanntlich richtig gute Sachen. Gainax macht wirklich supergeile Produktionen. Kommt leider meiner Meinung nach nicht an Madhouse ran, aber trotzdem ist Gainax schon etwas Großes. Das Ganze kam dann nach Deutschland, dank Universum Anime und ist wie gesagt seit genau heute, dem 13. Dezember 2013, erhältlich. Wie gut die deutsche Version wirklich ist, ob es da Seiya sehr schlechte Schwachstellen gibt oder ob sie es einfach total verkackt haben oder ob es ein wahres Meisterwerk ist, erfahren wir jetzt allerdings erst nach der Story. 14 Jahre sind vergangen seit dem Third Impact und während Shinji die Zeit im kyrogenischen Tiefschlaf im Weltall verbracht hat, hat sich auf der Erde so einiges verändert. Misato kämpft mit ihrer neu gegründeten Organisation Wunder gegen die Engel, während Ikari den Force Impact auslösen will, um Seeles oberstes Ziel zu erreichen. Shinji muss sich nun entscheiden, ob er an der Seite von Rei gegen seine alten Verbündeten kämpft oder den Plugsjut endgültig an den Nagel hängt und Wunder nervt und die Evas hinter sich lässt. Das Setting sollte also ungefähr aus 1.11 und 2.22 bekannt sein und auch 3.33 macht in der gleichen Welt weiter und beeindruckt natürlich mit einer super geilen Story. Außerdem haben wir den ein oder anderen Plot Twist, den ich persönlich mir hätte nicht vorstellen können. Einfach für das Gesamtbild und einen weiteren Storybrocken in unserer Evangelionreihe gibt es von mir die volle Punktzahl 5 von 5 maximalen Punkten. Animation, atemberaubend. Allein durch das Setting sollten sich super geile Schauplätze realisieren lassen. Und die gab es tatsächlich auch. Die Schauplätze in Evangelion, wow, wow, wow. Wirklich wow. Auch das Ganze, was Gainaxen mal sehr, sehr gut kann mit CG-Effekten. Sehr gut umgesetzt. Auch sonstige Animationen, absolut flüssig, super durchleuchtet, alles perfekt. Absolut detailreich ist es noch dazu und auch das Charakterdesign, was sich natürlich nicht seit der Original Series damals großartig geändert hat, ist immer noch geil. Das haben wir auch wieder hier von mir. 5 von 5 maximalen Punkten für die Animation. Der OST, nun, es gab nichts anderes zu erwarten, das Ganze ist ein Evangelion-Film. Und wow, ist das Ganze verdammt nochmal gut. Eva eben, was muss ich da großartig zu sagen. Die deutsche Umsetzung stammt, wie gesagt, von Universum Anime und die verstehen was von ihrem Werk. Denn die deutsche Synchro ist verdammt gut gemacht. Ich konnte zwar hier und da ein paar Schwachstellen finden, denn es ist eben nicht alles perfekt, aber das, was da ist, das, was gut ist, ist auch gut und das ist einfach der überwiegende Teil in diesem Film. Wirklich gut umgesetzt und deshalb auch von mir hier 5 von 5 maximalen Punkten. Damit wären wir also bei einem Endpunktestand von 15 von 15 maximalen Punkten für Evangelion 3.33 You Cannot Redo. Ich möchte euch gar keine Alternative nennen, ich möchte euch einfach nur sagen, schaut euch am besten mal Evangelion 1.11 und Evangelion 2.22 an. Das sind die Rebuild-Filme, die vorherigen. Oder ihr schaut euch die Original-Series an, die ist auch sehr, sehr, sehr gut. Und für die Manga-Liebhaber unter euch gibt es natürlich auch eine mehrteilige Manga-Reihe dazu. Ich habe jetzt hier nur die ersten drei in der Hand, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr davon. Und jetzt seid ihr auf meiner Endcard, auf meiner wunderschönen, es heißt natürlich wie immer, oben kommt ihr zur letzten Review-Time, unten kommt ihr zur letzten Folge Lord News. Auch da unbedingt mal reinschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mich ja abonnieren oder ein Like da lassen, würde mich ganz doll freuen. Und wenn euch was gestört hat, einfach dort unten in die Kommentare, genauso wie Review-Vorschläge von euch. Also würde ich euch mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.